Hey meine neugierigen Freunde, meinen YouTube-Kanal gibt es nun schon seit fast drei Jahren und noch immer macht es mir genauso viel Spaß wie beim allerersten Video. Denn dieser Kanal vereint im Grunde alles, was mir wichtig ist. Wissenschaft, Forschung, Entdeckung, Kreativität, Musik, Emotionen und natürlich Videoproduktion. Nachdem ich als kleiner Junge zum ersten Mal die Kralle eines Velociraptors aus der Zinniminis-Packung herausholte, wollte ich unbedingt Forscher werden. Natürlich war diese Kralle nur aus Plastik, doch sie löste in mir den Wunsch aus, die Welt zu entdecken. Als ich dann noch den dazugehörigen Film Jurassic Park gesehen habe, war es endgültig um mich geschehen. Ich war fasziniert davon, wie man durch das Produzieren von Filmen etwas zum Leben erwecken kann, das auf der Erde schon lange ausgestorben ist und so eine mitreisende Geschichte auf der Leinwand erzählen kann. So war neben der Leidenschaft für die Forschung auch die Leidenschaft für das Filmemachen und Filmmusik geboren. Und als ich im Sommer 2018 einen Urlaub in der kanadischen Wildnis verbrachte und darüber nachdachte, wie man diese beiden Leidenschaften kombinieren könnte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ein YouTube-Kanal würde alles vereinen. Und so gründete ich direkt nach meinem Kanada-Urlaub diesen Kanal. Nach nun fast drei Jahren habe ich über 150 Videos produziert, insgesamt über fünf Millionen Aufrufe und bald 60.000 wissenschaftsbegeisterte Abonnenten. Und an dieser Stelle sage ich erstmal vielen, vielen Dank an euch. Ihr macht diesen Erfolg möglich. Und nur dadurch kann ich diesen Kanal mittlerweile seit knapp einem Jahr beruflich betreiben. Oder ich versuche es zumindest. Es gibt natürlich auch Täler, die man durchschreiten muss, bei denen es nicht so gut läuft. Ihr wisst, dass die Einnahmen von der Anzahl der Klicks abhängen. Und die Klickzahlen schwanken teilweise stark. Man hat als Creator darauf fast keinen Einfluss. Es ist manchmal fast schon wie ein Lotteriespiel. Das einzige, was man tun kann, ist sein Bestes zu geben. Da dieser Kanal wie gesagt alles vereint, was mir etwas bedeutet, würde ich ihn sehr gerne weiter beruflich machen. Und ihr könnt mir dabei helfen. Wenn es euch auch wichtig ist, dass es diesen Kanal für immer geben soll, dann kann ich euch meine Patreon-Seite ans Herz legen. Ihr wisst, dass ich mich am Ende von jedem Video bei meinen Unterstützung bedanke. So richtig vorgestellt habe ich meine Patreon-Seite aber noch nicht. Dort könnt ihr meine Arbeit mit einem monatlichen Betrag unterstützen und erhaltet damit spezielle Vorteile, die auf der Seite beschrieben sind. Es gibt einen kleinen und einen größeren Betrag zur Auswahl. Ihr könnt aber auch frei wählen, wie viel ihr geben möchtet. Das große Level habe ich neu hinzugefügt. Dieses Level ist wirklich nur für all diejenigen gedacht, denen es absolut wichtig ist, meinen Kanal so wie er jetzt ist, das heißt mit gleichbleibender Qualität, am Leben zu erhalten und dafür zu sorgen, dass seine Zukunft gesichert ist. Deshalb ist die Anzahl der Teilnehmer für dieses Level begrenzt. Den Link zu meiner Patreon-Seite findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung, im Abspann und im angepinnten Kommentar. Ich würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen bisherigen Unterstützern. Jeder von euch ist ein Zahnrad im Getriebe des Kanals. Wem Patreon nicht gefällt, der kann mich auch hier auf YouTube als Kanalmitglied unterstützen. Dort gibt es jedoch das große Level nicht, da man hier die Anzahl der Teilnehmer nicht begrenzen kann. Und über YouTube kommt von eurem Betrag auch weniger bei mir an, da YouTube selbst auch mit daran verdienen will. So, aber jetzt genug der Eigenwerbung, ich danke euch vielmals für euren Support und wenn ihr noch mehr über mich und meine Lebensphilosophie erfahren wollt, dann schaut gerne dieses Video hier von mir an. Darin erzähle ich über mich und wie ich denke. Danke nochmal an jeden von euch und wir sehen uns beim nächsten Video.